Können wir mal so machen. Elfengasse, hört sich auch gut an. Da das eine kleine Straße ist, könnte sie prädestiniert für sowas hier sein. Dass es hier halt wirklich sowas gibt. Hier würde ich vielleicht sogar, ganz ehrlich, ich würde nicht immer alles begradigen wollen. So. Ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Und das wird schon voll bebaut. Sensationell. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Nachfrage nach einfachen Wohnhäusern scheint groß zu sein. Was haben wir jetzt? Neues Gebäude. Okay. Juhu, Party Location. Wohlbefinden. Können wir mal hier hin machen, oder? Geht nicht. Im Kreis von 500 Metern. Tja, wo tun wir denn das hin? Da. Schauen wir es mal an. Ja, schön. Schön mit Pferdchen. Ja. Sieht schön aus. Ja, mal gucken, was hier passiert. Ob es hier auch mal ein paar Partys gibt. Kohlemäßig sind wir immer noch auf einem guten Weg. Ja, das schießt halt hoch und runter. Das ist sensationell, wie das hin und her schwankt. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, müsst ihr selber beurteilen. Ähm, und ich würde ganz gerne, ich würde ganz gerne Industrie anfangen. Also, richtige Industrie. Es ist halt echt doof, dass sie so viele kleine Wohnungen wollen. Ist mir echt ein Rätsel. Ja, kann man mal ausnahmsweise in Winkeln arbeiten. Ist ja schon Wahnsinn. Also, das ist schon wirklich Wahnsinn. Hier müssen wir malen. Und dann können wir das hier auszeichnen. Zack. Zack. Ja, ich glaube, das Werkzeug ist doch ein bisschen einfacher. Es ist Wahnsinn. Eine ganze, komplette Siedlung wird gebaut. Echt Wahnsinn. Und trotzdem gibt es auch eine riesige Nachfrage. Das kann ja gar nicht sein. Kommt noch mal mit die Nachfrage für Einhauswohnung. Wie sagt man? Einfamilienhäuser her. Einhauswohnung. Kein Ohrhasen. Ich habe noch nie gesehen den Film, ehrlich gesagt. Ich weiß, es ist mit Til Schweiger, aber worum es da geht, I don't know. Wahrscheinlich um einen Hasen, der kein Ohr hat. Ein bisschen aufpassen, ne? Hier haben wir natürlich die ganzen Bäume jetzt weg. Eigentlich, was hier so ein bisschen Farbe reinbringen sollte. Haben wir jetzt hier alles zugeklastert. Na gut. Es ist, wie es ist. Verstehst du? Ja, Industrie wird auch gefragt, aber Industrie können wir wirklich nicht mehr bauen. Und wie gesagt, Autobahnen würde ich ganz gerne hier durchführen. Wobei ich überlege, ob wir hier nicht zweispurig ab hier vorgehen. Es hat gewisse Vorteile. Natürlich jetzt auch Nachteile, aber auch Vorteile. Und hier bin ich mal gespannt, ob das überschwappt oder nicht. Also das wäre es natürlich, wenn hier alles rot überschwemmt ist. Wir gucken mal. Also da bin ich auch sehr gespannt. Und die Ortschaft hat sich jetzt super entwickelt, ne? Sensationell. Wie ist der Wind? Theoretisch gesehen könnten wir hier auch kleine Häuschen mal versuchen zu machen. Wir müssen halt hoffen, dass keiner krank wird. Aber theoretisch gesehen möglich, dass das mit den Häusern hier klappt. Wir gucken einfach mal. Ändern können wir es ja immer noch. Wir gucken einfach mal. Luftverschmutzung. Naja. Schwer zu sagen. Ist hier in starkem blauem Bereich. Vielleicht ist der Wind auch so stark, dass der das verweht. Versteht ihr, was ich meine? Dass es zwar Schmutz gibt, aber der wird so stark verweht durch den starken Wind, dass das hier gar nicht so eine lokale Belastung ist. Wäre ja denkbar, ne? Ist nicht unmöglich. Ja. Die parken jetzt hier, das ist ja Wahnsinn. Also wir werden auf jeden Fall uns Gedanken machen müssen, das funktioniert so natürlich nicht. Die parken hier, um da hinten hinzugehen. Haben wir hier denn kein Parkhaus? Nö. Wir haben auch echt nicht genügend Geld. Wir könnten hier noch so einen kleinen Parkplatz hinmachen oder so. Würde ja vielleicht Sinn machen, dass die hier parken können. Wird zwar teuer, aber hey, besser teuer als gar nicht parken. Wir gucken mal. Können wir zur Not wegreißen? Dauert natürlich einen kleinen Moment, bis sie getriggert sind und jetzt kommen sie schon. Wie gesagt, ein kleiner ist einfach nur mal so ein bisschen idyllisch. Der wird schnell voll werden und hier nicht reichen. Wir werden hier aber eine Tiefgarage hinstellen dann. Ja, guck mal, die kommen hier schon alle her. Da bildet sich schon Stau, so beliebt ist das. Ist echt überlaufen jetzt hier. Die stehen da schon Schlange. Manch einer fährt. Wahnsinn. Oh, mit Anhänger sogar. Wie will der denn da parken, der hier? Ich bin mal gespannt, wo der sich hinstellt. Das ist noch einer mit Anhänger. Grüne, okay. Die haben sich aufgelöst. Schade, ich wollte sehen, was passiert. Wahnsinn, was für ein Verkehr hier jetzt ist. Fancy. Voll fancy. Ach, der wendet, der gelbe, okay. Den hat es wahrscheinlich zu lange gedauert. Ja, der Parkplatz wird niemals reichen. Das ist noch einer mit Anhänger. Zumindest einen kleinen. Mal gucken. Der passt hier wahrscheinlich auch nicht hin. Da ist voll. Da kommt auch ein SUV mit Anhänger. Kleiner Stau hier, was. Okay, er fährt da runter. Und parkt. Nee, er wendet. Okay, der Anhänger löst sich auf. Wird hier wahrscheinlich auch so sein dann. Ich würde mir wünschen, dass der große Blaue da kommt mit dem Riesen-Anhänger. Mit dem Wohnwagen-Anhänger. Ich würde gerne mal sehen, was mit dem hier passiert. Ob der sich auch auflöst. Wäre natürlich irgendwie ein bisschen unrealistisch und schade. Andererseits, naja, wie willst du es darstellen? Einen limitierenden Faktor gibt es ja immer, ne? Junge, fahr doch. Jetzt lässt er alle anderen durch, oder was? Ja, da ist doch voll, Junge. Das siehst du doch. Nee, er fährt wieder raus. Der hat aufgegeben. Na gut. Na gut. Hängen wir hier nicht rum. Ich glaube, für das erste reicht der Parkplatz sogar. Aber das wird mittelfristig hier nicht reichen. Das kann man jetzt schon sagen. Das ist fast die Frage, ob wir nicht hier auch noch einen bauen. Ein ganz großer passt nicht. Aber wir könnten so einbauen. Wie gesagt, da kriegen wir wenigstens Gebühren. Theoretisch gesehen, nö, auch praktisch gesehen. Ich bin kein Fan davon, dass Verkreuzung geparkt wird. Und hier hat es sogar noch einen sehr praktischen Nutzen. Oh, hier ist einer mit Wohnwagen. Wir gucken mal. Guck mal, mit E-Ladesäule. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass es sich auflöst. Wie wollte es, wie gesagt, auch darstellen, ne? Ja, wir gucken mal, wie der Parkplatz angenommen wird. Aber ich denke, dadurch, dass wir hier wachsen, wird auch das immer interessanter. Ach, die Häuser sind hier fertig. Schöne Siedlung, ehrlich gesagt. Schöne, kleine, goldene Siedlung. Wer nennt sie Gold, ähm, State? Ich habe keine Ahnung. Okay, und Gasse nimmt er gerne bei den kleinen Straßen scheinbar. Witzig wäre es, wenn wir hier eine Überführung hätten. Wäre witzig. Andererseits, glaube ich, würde die Straße hier überlastet sein. Das sollten wir lieber lassen. Apropos, was macht die neue Ausfahrt? Die sieht gut aus. Wird genutzt, aber auch nicht übermäßig. Alles gut. So habe ich es mir gewünscht. Ja, wir brauchen mehr Industrie. Industrie, Industrie, Industrie. Lasst uns mal gucken. So, bevor wir jetzt hier bauen, sollten wir mal folgendes gucken erst mal. Lass mal hier gucken, was das für ein Balken war. Wo konnte ich denn das noch mal sehen? Hier war das. Was hier? Dienstleistung, Produktion, genau. Wir benötigen eigentlich Weizen. Wir bezahlen eine Menge, Menge Geld für Weizen. Ist erstmal unser größtes Problem. Weizen brauchen wir fruchtbares Land. Bodenverschmutzung, auch interessant. Oha. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten ja fruchtbares Land oder natürliche Ressourcen, sagen wir es immer so. Was ist das denn hier? Unternehmensrentabilität. Das gibt schon Statistiken, die sehr interessant sind. Heißt jetzt das fruchtbar. Genau, das ist fruchtbar hoch. Das heißt, hier ist fruchtbares Land. Hier könnten wir jetzt das zum Beispiel machen. Benötigt Straße. Jetzt will ich nur gucken, wo vorne und hinten ist. Ach so, das Land gehört uns doch gar nicht. Sehe ich gerade. Hallo? Das sollten wir vielleicht erweitern. Wir können es sich leisten. Wird später was. Da war folgendes. Dann gehen wir hier hin und sagen, wir wollen hier Hühner haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Die benötigen auch nicht wirklich viel. Wir könnten nicht auch die Straße durchführen. Sekunde. Die nutzen wir dann. Ah, ist so ein bisschen doof, dass wir hier so zwei Kreuzungen hintereinander haben. Aber man kann nicht alles haben. Und hier könnten wir die Hühner hinsetzen. So, dann gucken wir mal. So. Und ja, wir werden dann ein paar Gewerbehäuser wegreißen oder was das sind. Das macht aber nichts. Das finde ich übrigens... Doch, das geht jetzt. Okay, das ging auch nicht. Diese Pfeiler waren einem immer im Weg. Aber scheinbar kann man jetzt so da einfach umherbauen. Vorher musste man da echt so einmal umherzingeln. War geringfügig nervig. Tja, wie machen wir es? Wie wir es machen, machen wir es verkehrt. Tja, ist wie ein echten Leben, ne? Bevor wir es machen. Yeti... Um...